Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch ein zweiteiliges Telefongespräch mitgebracht, da die Betrügerin mit einer absolut furchtbaren Telefonqualität bei mir angerufen hat. Ich habe das Gespräch so nicht mit ihr weiterführen wollen. Da man aber dem Anschein nach mit mir Geld verdienen wollte, hat sie tatsächlich dann noch ein zweites Mal mit besserer Tonqualität bei mir angerufen. Also nicht erschrecken, der Anfang ist wirklich grauenhaft, wird dann aber im zweiten Telefonat auch etwas besser. Das ist auf jeden Fall das Ende nicht, denn da rede ich eine ganze Weile nochmal mit der Betrügerin über ihren Job und ob sie damit zufrieden ist, die Leute abzuzocken. Ja, aber wenn ich ehrlich sein darf, such dir wirklich ganz schnell was Neues. Weil das, was ihr da macht, ist keine gute Arbeit. Das ist Leute abzocken und betrügen am Telefon. Und ich würde dir wirklich ganz, ganz doll ans Herz legen, dass du dir ganz schnell neue Arbeit suchst, die wirklich auch seriös ist. Gleich danach, nachdem sie natürlich nichts begriffen hat, habe ich auch nochmal mit ihrem Chef gequatscht. Wo liegt das Problem? Ja, das Problem ist, dass ihr mir hier Kryptowallets schickt und wenn ich hier Geld einzahle, sehe ich die Kohle nie wieder. Viel Spaß mit dem heutigen Anruf. Vielen Dank, Herr Stein. Ja. Lisa Ritz am Operat. Ich begrüße Sie. Ich rufe Sie von benafix.com. Wie geht's Ihnen, Herr Stein? Ja, so weit kann. Gut, aber Ihr Mikrofon klippt ganz doll. Also man versteht sie kaum. Äh, wie bitte? Ihr Mikrofon klippt ganz doll. Man versteht sie kaum. Okay, äh, just a second. Eine Sekunde, bitte. Ja, also wann können wir mit Ihnen nochmal anrufen? Ja, am besten, wenn du ein neues Mikrofon hast. Ahaha, meine Mikrofon ist nicht gut wie jetzt. Ja, es ist total schrott. Äh, wie können Sie hören? Ja, ich kann schon was hören, aber das Mikrofon ist am Arsch. Ah, okay, ich verstehe. Ich informiere jetzt unser IT-Departement, okay. Das hat ja die IT-Abteilung nichts mehr zu tun. Das muss ein neues Headset her. Äh, ich hab heute, äh, drei oder vier Kunden gesprochen, aber ich hab gar kein Problem. Ja, aber es, äh, es klippt. Also das Mikrofon klippt wahnsinnig. Okay, okay. Also, wie gesagt, habe ich gerne nochmal, äh, anrufen. Ja, aber dann bitte mit einem neuen, äh, mit einem neuen Mikrofon. Natürlich, natürlich, Herr Stein. Ich bedanke mich. Ja. Ciao. Keine Ahnung, was sie dann gemacht hat, aber das Mikrofon ist dann tatsächlich ein kleines bisschen besser geworden. Es klippt nicht mehr so furchtbar, ähm, im Mikrofon. Also, die ganze Zeit war bei ihr so eine Übersteuerung. Es hat sicherlich auch mit der Hintergrundlautstärke zu tun. Also, in diesem Callcenter scheint so richtig was los zu sein. Ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen, weil wenn das so laut ist im Hintergrund, sitzen dort auch sehr, sehr viele Mitarbeiter, die natürlich gleichzeitig sehr, sehr viele Kunden verarschen können. Aber sie ruft natürlich nochmal an. Und das hört ihr jetzt. So, Herr Stein, jetzt besser? Ja, jetzt ist es ein bisschen besser, ja. Ich meine, die Stimme war noch genauso feucht, aber jetzt klippt es nicht mehr. Aha, okay. Also, ähm, ich versuche jetzt nochmal und jetzt besser vielleicht. Ja, geht ja jetzt, ja. Okay, also, Herr Stein, mein Name ist Lisa. Lisa sieht uns. Sie haben bei uns ein Handelskonto, aber nicht aktiviert. Also, ihr Konto ist total leer und wir haben diese Woche sehr gute Profitmöglichkeiten. Deswegen möchte ich mit Ihnen sofort kontaktieren. Also, ich bin, äh, Ihre Kontobetreuerin. Wenn Sie möchten, äh, kann ich ganz kurz informieren, dann wir können mit Ihnen weitermachen. Ja, was ist denn das für ein Krach da im Hintergrund? Also, Hintergrund. Also, wo sind Sie gerade? Also, ich höre meine, äh, Selbststimme. Ja, keine Ahnung, ich höre da ganz viel Krach im Hintergrund. Das ist extrem laut. Und irgendwie scheint da auch Musik oder so zu laufen, das ist auch furchtbar. Okay, wenn ich nicht schippe, äh, kann ich meine Lautschippe hier einschalten. Ja, aber, ja, das mit der Musik ist ja trotzdem furchtbar da im Hintergrund. Ja, wir sind ein Callcenter, diese Musik für die Motivationen. Deswegen, äh, wir arbeiten, wir arbeiten mit, ähm, 100 Personen. Und wir sind eine internationale Plattform. Es gibt arabische, spanische, viele, viele Leute und Arbeitskollegen. Ja, das ist deswegen, wir müssen mit Musik arbeiten. Ich entschuldige mich, aber das ist meine Aufgabe, Herr Stein. Ja, gut, aber da ist ja die Musik dann noch eher störend, als dass sie was bringt. Äh, kannst du das ja nochmal sagen? Ja, ich sage, die Musik, die ist ja da eher störend, als dass es was bringt. Das macht das Ganze ja nur noch furchtbarer im Hintergrund. Ja, ja, das ist wichtig, äh, Sie haben nicht, Herr Stein. Äh, wenn Sie möchten, können wir mit Ihnen per E-Mail in Kontakt bleiben? Ist das besser? Ähm, naja, ne, Telefon ist soweit schon in Ordnung, aber halt ohne Musik im Hintergrund. Ich meine, seriös ist das ja auch nicht. Ich meine, wenn ich mich meine Bank anrufe, dann läuft ja da auch kein Radio oder sowas im Hintergrund. Okay, ich informiere jetzt nochmal. Eine Sekunde, bitte. Ja. Äh, jetzt besser? Ja, ich glaube, jetzt ist es besser, ja. Super schön. Also, ich habe, äh, mich für Sie sehr große Mühe gemacht. Also, jetzt, wir können weitermachen, Herr Stein. Ja. Also, ich weiß nicht, aber dem Anschein nach hat sie die Musik scheinbar ausstellen lassen. Äh, wie gesagt, habe ich, Sie haben bei uns, äh, ein Handelskonto. Und wegen der Globalisierung ist Online-Handels sehr bekannt. Und jeder möchte, äh, diese einmal ausprobieren. Weil es günstig und einfach ist. Also, wie du wißt, wird die Ölanalyse von USA Market jeden Mittwoch eingekündigt. Also, vor drei Tagen oder vier Tagen. Wir bekommen speziale Informationen über die zukünftigen Ölpreisen. Wie du wißt, ist Öl normalerweise sehr teuer. Es ist aber momentan sehr günstig. Also, das bedeutet für Sie und für mich, dass es eine sehr gute Profitmöglichkeit für eine, nur eine Trade-Position im Market ist. Aber warum sind die Preisen so günstig? Haben Sie Ideen? Ja, keine Ahnung. Also, äh, wegen Pandemie hat man keine Möglichkeit, ne, um zu reisen. Also, mit der Empfindung der Impfstoff ist alles jetzt unterschiedlich. Menschen reisen im Ausland oder in Deutschland. Dafür braucht man Öl natürlich. Und deshalb ist das so. Je mehr braucht man Ölenergie, desto mehr wird die Preisen hochsteigen. Also, gerade für diese Zeit sollten Sie eine günstige Position mit Öl eröffnen und es ist nicht so teuer, im System einzusteigen. Mit 250 Euro können Sie direkt anfangen. Eigentlich, diese Woche ist sehr gute Möglichkeit für Sie. Und Sie sind nicht allein auf unserer Plattform. Wenn Sie mit mir Ihre Konto jetzt aktivieren, werden Sie sofort von einem professionellen und persönlichen Finanzberater betreut werden. Dann, äh, Sie werden von Finanzberatern über Aktieninstrumente, wie zum Beispiel Bitcoin, Gold, Atelium, Öl. Unsere Woche, jede Woche mindestens einmal per E-Mail oder per WhatsApp informiert bzw. Ratschläge bekommen. Also, Sie sind nicht allein auf unserer Plattform. Fragt mich auf jeden Fall nicht, was Sie da so alles gesagt hat. Man hat kaum was verstanden. Wie so oft in letzter Zeit lallen die Mitarbeiter irgendwie. Wie, keine Ahnung, ob die alle alkoholkrank sind. Ich hab echt keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall furchtbar schwierig, der Frau zuzuhören, weil es ist im Hintergrund echt unfassbar laut. Dass da im Hintergrund vorher noch Musik gelaufen ist, hat das Ganze wirklich noch viel, viel schlimmer gemacht. Das hat sie ja wenigstens abstellen können, dem Anschein nach. Oder sie hat irgendwas leiser gedreht. Aber, keine Ahnung, also auch schon diese Arbeitsbedingungen da mit 100 Leuten in so ein Callcenter eingepfercht zu sein, ist zu Corona-Zeiten sicherlich auch gar nicht mal so geil. Haben Sie schon einmal Erfahrung im Handel oder ist das das erste Mal für Sie? Ja, also theoretisch ist das das erste Mal, ja. Erste Mal. Also, wir arbeiten mit zwei unterschiedlichen Möglichkeiten. Sie können entweder mit Robot oder mit Auto-System-Kreate-System-Kreate-System trainen oder können es auch mit Manuell-Gas-Manuell-System handeln. Also mit Robot, das heißt mit Algoritmus, das ist ja eigentlich nur an 2 oder 3 Minuten per Tag geben. Das ist nur an 2 oder 3 Minuten per Tag, wenn Sie das kontrollieren müssen. Und nachdem die Investitionen haben, geben wir eine kleine Ausbildung, das ist kostenlos über das System. Zum Beispiel, ob wir Fragen haben, ob wir etwas diskutieren müssen, dann können Sie bitte eine E-Mail senden. Dass Sie Hilfe brauchen und dann unsere Account Manager rufen Sie gleich an. Also das ist eine sehr gute Möglichkeit. Und wie heißt das Programm? Also welches Programm? Volle Automatische Handelssystem. Diese Roboter, MT4. Also MT4. Also der Meta-Trailer 4, denke ich. Ja, Meta-Trailer 4, ja. Okay, das sagt man besser. Sie haben auch. Aber wir gesagt haben, Sie haben eine Account Manager oder Account Manager. Sie möchten Sie mit MT4 oder Meta-Trailer 4 arbeiten oder mit unserem Account Manager. Ja, was ist denn da besser? Das ist natürlich Ihre Entscheidung, aber Account Manager ist besser. Meine Aufgabe ist nur die Aktivierungshilfe. Wir haben eine sehr gute deutsche Team. Also unser deutsche Team ist sehr professionell und persönlich. Das ist sehr gut. Ich bin Praktikantin hier. Ach so, okay. Ich möchte nur, meine Aufgabe ist nur die Aktivierungshilfe. Wenn Sie möchten, wir können mit Ihnen mit unserer Mindestbetrag 250 Euro in Ihre Konto sofort aktivieren. Dann können Sie Ihre Account Manager einen Handelsplan durchführen. Also durchführen. Und ich möchte nur ein Beispiel geben, Herr Stein. Zum Beispiel, Sie möchten mit unserem Mindestbetrag 250 Euro anfangen. Das ist nur ein Beispiel. Können Sie in zwei Wochen etwa 100 Euro Profit machen? Ich weiß, das ist sehr kleiner Betrag. Aber Sie können nicht sofort 1.000 oder 3.000 Euro Profit machen oder Profit erzielen, ne? Ich finde schon, dass das ziemlich viel Profit auch nimmt. Hier versucht die Praktikantin wohl besonders seriös zu sein. Im Gegensatz zu allen anderen, die noch mehr Gewinne versprechen. Das heißt, insgesamt haben Sie ungefähr 500 Euro. Aber es ist Ihre Entscheidung, danach mit diesen 500 Euro weiterzutreten oder Ihr Geld auszuzahlen. Also für mich gibt es keinen Unterschied. Das ist meine Beratung. Na und logisch ist weiterzutreten. Und wie gesagt habe, wenn Sie vor zwei Stunden, nur an vor zwei Stunden einen Trick Positionen eröffnen hätten, hätten Sie 20% gewinnen. Wie gesagt habe, Sie können es auszuzahlen, wenn Sie wollen, oder Sie können sofort weiterhandeln. Das ist Ihre Entscheidung natürlich erst sein. Ja. Also haben Sie Fragen bisher? Und mein Vorschlag ist, heute zeige, gibt es gute Möglichkeiten bei Tesla von Elon Musk. Also die USA-Böse zeigt richtig gut, heute zu sagen. Kennen Sie Elon Musk? Ja, den kenne ich schon, ja. Was mir in letzter Zeit auch ziemlich oft aufgefallen, dass man Elon Musk und Tesla hier vorschiebt, um wieder seriös zu wirken. Kennt ja jeder. Kennt ja jeder. Und ja, da hat man auch einen Punkt. Jemand, der viel Geld verdient hat, das assoziiert man damit natürlich gleich wieder. Und das ist auch wieder einer von den vielen Verkaufstricks. Super schön. Was war das mit den Elektroautos? Ja, ja, Tesla Autos. Wie Sie wissen, ist hier der Tesla Company. Und er hat vor drei oder vier Wochen einen Tweet geschrieben. Und zusammen mit diesem Tweet schrieb er, dass Tesla Autos jetzt in Bitcoin gekauft werden können. Also Sie können mit Bitcoin Auto einkaufen. Tesla Company akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmethode. Und wie Sie wissen, Kryptowährungen sind in der letzten Zeit top. Euro wird auch Kryptowährungen. Die Europäische Union hat, die Zentralbank hat einen Plan angekündigt. Sie werden Euro digitalisieren. Tja, und hier arbeitet man tatsächlich mit vertrauenserweckenden, echten Informationen. Die EZB hat tatsächlich angekündigt, dass der Euro digitalisiert werden soll. Und dass Tesla Bitcoin akzeptiert als Zahlungsmittel, stimmt auch. Nur das ganze Geschäft, was wir hier am Telefonat haben, stimmt halt nicht. Da ist auf jeden Fall was faul dran. Und wenn Sie technische Analysen möchten, können Sie unsere Account Manager weitermachen? Also, was ist Ihre Ziel? Möchten Sie kurzfristiger Trade oder langfristiger Trade? Oder warum müssen Sie Geld anlegen? Vermögen aufbauen? Ja, na klar. Also, ich meine, macht man ja, um Geld zu verdienen. Einen anderen Grund hat es ja nicht. Wenn es Spaß setzt, dann hat man ja kein Geld rein. Also, wir leben im 21. Jahrhundert, alles ist online und wir arbeiten mit Mastercard und Visacard. Visacard und Visacard erhanden Kryptowährungen. Also, Sie können mit diesem Kreditkart eine Kryptowährung gerne arbeiten. Mhm. Alles ist Ihre Gelegenheit, Herr Stein. Wir sind ein Team. Wenn Sie jetzt sofort Ihre Konto aktivieren müssen, muss ich unserer Finanzabteilung Bescheid geben. Mhm. Dann, wir können Ihre Konto sofort aktivieren. Ja, dann mach mal. Okay. Also, wie viel müssen Sie anfangen mit unserem Mindestbetrag? Ja, ich denke, das reicht erstmal. Okay. Welche Kreditkarte haben Sie? Ich habe eine Visakarte. Visakarte. Okay. Ich habe jetzt unsere Finanzabteilung Bescheid gegeben. Mhm. Ich werde jetzt eine Link verlegen. Diese Link arbeitet mit Visakart. Mhm. Dann, ich würde Sie gerne behitwissen für die Einzelung. Mhm. Ja, dann mache ich E-Mail gleich mal auf. Es dauert aber bei mir immer so ein bisschen, bis das ankommt. Eine Sekunde. Wie heißt die Firma nochmal, von der Sie anrufen? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Oh, okay. Benefix. Wenn Sie möchten, kann ich Buchstabilen. Oh ja, ne, was habe ich denn hier? Benefix. 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 Hm. Ja, genau. Mit so gelber Schrift. Eine Sekunde. Ich habe jetzt geschickt. Kontrollieren Sie bitte Ihre Spanbugs und Junkbugs. Mhm. An welche E-Mail-Adresse haben Sie das rausgeschickt? Ich kontrolliere jetzt. Also, midi.cc.fun.de ist die letzte. Mhm. Ah ja, da ist auch schon was angekommen. Direkten Einzahlungs-Link von Benefix. Ja, richtig. So, dann ist da so ein Link und eine E-Mail-Adresse und noch ein Link und eine Telefonnummer und noch ein grüner Button. Und wo soll ich da drauf drücken? Äh, ich werde jetzt übersetzen. Eine Sekunde bitte. Mhm. Was sehen Sie jetzt auf der Bitstream? Ihren Namen, Nachname? Hä? Wie jetzt? Also, äh, in der E-Mail stehen ja mehrere Links drin. Welchen soll ich denn da nehmen? Nein, es gibt einen Link, eVirtualPype.com. Ja, und dann ist da noch der Link zu der Webseite zweimal drin. Ah, zweimal drin? Ja, einmal als Link und dann nochmal als grünen Knopf. Sekunde? Mhm. Bitte Unterschrift. Ah, es gibt einen Unterschrift, einen Link, eVirtualPype.com. Das ist ja jetzt dann eine andere Webseite. Ha, das ist, das ist, dieser Link arbeitet mit Visa Card. Deswegen, äh, sende ich. Ja, und das kann ich nicht auf Ihrer Seite eingehen? Und hier wird's dann offensichtlich kriminell. Ich soll also auf einer anderen Seite Geld einzahlen, als der, auf der ich mich befinde. Also, es geht um eine komplett neue Webseite. Und soll extern Geld einzahlen. Also, ich glaube nicht, dass eure Bank sagt, geht mal auf eine andere Webseite und überweist uns da das Geld. Höchst kriminell, auf jeden Fall die Finger von lassen. Außerdem scheint irgendjemand im Hintergrund auch die Musik wieder lauter gedreht zu haben. Ja, natürlich. Na, dann gehe ich auf Ihre Seite. Okay, wenn Sie möchten, wir wünschen. Sie können mit unserer Seite, äh, Auszahlung machen, oder Einzahlung machen, oder mit diesem Link. Aber dieser Link, schneller und sicherer für Sie. Deswegen sende ich. Was ist denn... Dann, wir, wir machen eine Verifizierung. Ja, was ist denn an der anderen Seite sicherer? An der Seite nicht sicherer, na, für Sie. Achso, ja, was soll ich da jetzt nehmen? Also, schreiben Sie bitte Ihren Namen, Nachname, E-Mail als beste. Ja, Moment. Oh, okay. So, und dann... Vorname und dann den Nachnamen. Dann die E-Mail-Adresse hier nochmal rein. Was, äh, soll da bei Description stehen? Also, Description heißt Deposit. Sie können ganz einfach Deposit schreiben. Ah, ja, okay. Hm. So, dann die Stadt. Mhm. Germany. Daniele City. Und was kommt da bei, äh, Amont rein? Amont heißt Betrag. Also 250. Ah, ja, okay. Hm. Und dann... Und dann... Currency heißt, äh, Währung. Also Euro. Ja, genau. Hm. Und dann drücke ich ja auf Pi. Pi. Dann, für Schritt ist, äh, zweite Schritt ist Pay with Card. Ah, ja, und da trage ich dann jetzt hier die Kreditkarte ein. Mhm. Moment, dann muss ich mir schnell mal ne Nummer machen. Oh. Oh, okay. Oh, okay. So, was soll ich denn für ne Nummer generieren? Ne Master oder ne Visa? Visa Card. Visa, äh, Link arbeitet mit Visa Card. Ah, ja, okay. Dann mach ich da ne Visa rein. Mhm. So, einmal die Nummer, dann... Dann... ...füller hier die CVV und... ...das Ablaufdatum. Aha. Exprie heißt Ablaufdatum, Monat und Jahrgang. So, und dann drücke ich jetzt hier auf, äh, Pi, Euro 2, äh, 150. Ja, das ist richtig. Mhm. Genau. Hier steht, äh, äh, Card not, äh, supported. Pleiase use anotea Card. Ähm, okay, also Ihre Kreditkarte ist online shopping frei gestaltet, oder? Weiß ich nicht, ich hab die noch nicht benutzt. Haben Sie andere Kreditkarte? Na, ich hab noch so ne Masterkarte. Okay, also... ...eine Sekunde, ich werde jetzt unsere Finanzabzeigen informieren. Mhm. Für ihn hat's geklingelt im Hintergrund. Ja. Entschuldigung. Oh, okay. Ich hab jetzt neue E-Mail geschickt. Noch ne E-Mail? Ja, eine Sekunde bitte. Diese, diese Link mit Mastercard arbeitet, aber... Link von... Na, auf dieser, äh, äh, äh... ...Virtual-Pi-In-Cript... ...da geht ja auch ne Mastercard. Nein, nein, nein. Eine Sekunde bitte. Eine Sekunde bitte. Ich hab euch ja auch angezeigt Mastercard. Nein, nein. Äh, Sie haben mir gesagt, ich hab eine Mastercard. Mhm. Ich informiere jetzt unsere Finanzabteilung. Na, aber hier steht ja auch drauf, dass man ne Mastercard eingeben kann. Oder ne Discover-Karte oder, äh, American Express. Mastercard ist? Wird ja auch angezeigt, ja. Ja. Okay, äh, wir versuchen. Und soll ich noch ne Mastercard-Nummer generieren? Mastercard, ja. Aber, äh, ich hab neue E-Mail geschickt. Ach so, ja. Der Titel ist Link von Lisa. Diese, äh, Einzahlungsmethode ist sehr einfach für Sie. Ah ja, hier mit, äh, HTTPS, äh, und den, äh... Dashboard. 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 Mhm. Klikken Sie bitte diese Link. Ah ja. Hm. So, dann... Muss ich hier bei, ähm, Amount wieder den, den Betrag eingeben. Ja, eine Sekunde bitte. Ich kontrolliere jetzt. Also, Payment, Amount, nochmal 250. Aber jetzt, jetzt soll ich hier meine, meine E-Mail und ein Passwort eingeben. Nein, E-Mail-Adresse nur. Nur die E-Mail-Adresse? Haha, nur die E-Mail-Adresse. Na, hier steht, äh, Card, Pfeils, und dann, äh, steht da E-Mail und Passwort. Nein, also, äh... Und wenn ich denn auf Login drücke, dann, dann sagt er mir, da fehlt das Passwort. Nein, äh, eine Sekunde bitte. Haben Sie Amount oder und Curric? So, sowas steht jetzt hier nicht mehr, nee. Okay, eine Sekunde bitte. Mhm. Haben Sie Ihre Kreditkartname, äh, geschrieben? Ne, die E-Mail-Adresse. Hier steht ja E-Mail-Adresse. Und da ist so ein, so ein Fenster mit einer Figur und einem Schlüssel drin und, ich glaub, ein Schreibtisch und ein Handy ist da noch zu sehen. Ja, da sind wir wieder. Die Betrüger kennen sich nicht mal mit ihrem eigenen Handwerkszeug aus und wissen überhaupt nicht, was sie mir für Links zu schicken und wo ich draufklicken soll. Wahrscheinlich hat sie einfach die Seite selber noch gar nicht gesehen und, äh, hat da nur eine Beschreibung auf einem Zettel stehen, was ich anklicken soll. Weil letztendlich muss ich da meine E-Mail-Adresse eingeben und da ist noch nichts mit Zahlen. Eine Sekunde bitte. Ich informiere jetzt unsere Finanzabteilung. Wir, äh, finden für Sie eine Lösung. Mhm. Ich bedanke mich. Sie haben sehr große Müll gemacht. Ich werde, äh, 50 Euro addieren, Bonus addieren, Ihre Handelskonto. Mhm. Und die 50 Euro, die sie mir her verspricht, die werde ich sowieso nie sehen. Also selbst dann nicht, wenn ich, ähm, wirklich dort Geld einzahlen würde. Das ist auch wieder nur Hinhaltungstaktik. 50 Euro, wer sagt da nicht Nein zu? Also, na, ihr wisst, was ich meine. Vor mir jetzt. Sie haben Master- und Visa-Karten, ne? Ja, ja, genau. Und diese Kreditkarten sind, äh, online shopping freigeschaltet. Ja, keine Ahnung. Habe ich ja noch nicht benutzt, die Karten. Ich benutze meistens immer die Dong-Zwang-Karte. Hm. Ja, und wie immer, wer mehr von der Dong-Zwang-Karte hören möchte, der geht einfach auf den Kanal Callcenter Terrorist. Da bekommt ihr noch viel, viel mehr von der Dong-Zwang-Karte zu hören. Eine Sekunde. Unser Account-Manager und Finanzabteilung jetzt arbeitet für dich. Hm. Äh, wir werden jetzt neue Links finden. Dieser Link, äh, ist mit Master- und Val-Lisa-Karte. Ja. Da geht die Dong-Zwang nicht. Nein. Nee, schade. Äh, ja. Du hast uns bitte alle Zeit. Also alles zumachen. Ja, zumachen. Ja, habe ich, ja. Und noch? Und noch? Ich habe geschickt. Ach so, ja. Ist aber noch nichts da. Also das dauert nur eine Minute. Ach so. Ja, dann warte ich. Link von dieser drei. Nee, ist noch nicht da. Okay. Kontrollieren Sie bitte Ihre Spannbox, Spannbox oder Ihre E-Mail, äh, erneuern. Ja, ist aber noch nichts weiter da gekommen. Ah ja doch, jetzt ist der Link 3. Oh, der ist aber lang. Ja. Hm, dann nehme ich den. Ich bin ja schon auf der dritten Webseite. Also eigentlich auf der vierten sogar schon. Ja, aber das ist der, äh, gute Link für Sie. Ja, hier steht ja schon der Betrag drin, ja. Mhm. Mhm. So, dann, äh, dann, äh, hier steht dieser. Und welche soll ich denn jetzt nehmen? Also, ich informiere nochmal, aber must it. Also ich könnte auch noch die Discover-Karte ausprobieren, weil das steht ja hier unten auch. Tja, also wir versuchen es jetzt hier tatsächlich auf der dritten externen Webseite mit dem Geld einzahlen. Und nicht auf der Original-Webseite von, äh, von dem der anruft. Schon komisch, ne? Also, wenn irgendwas nicht funktioniert, haben Sie auf jeden Fall jede Menge Ersatz auch dabei. Hauptsache, die kommen irgendwie an ihre Kohle. Aber Leute, passt dabei auf. Es ist auf jeden Fall mehr als unseriös, wenn ihr über eine dritte Webseite das Ganze einzahlen müsst. Ja, also, ganz einfach. Man geht nicht auf eine andere Webseite. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr geht auf Amazon, wollt was kaufen, und müsst dann auf eine ganz andere Seite gehen zum Bezahlen. Ist ja vollkommen blödsinn. Welche Kreditkarte? Eine Discover-Karte. Kann ich auch noch ausprobieren. Discover-Karte? Ne, Discover. Discover. Discover-Karte ist besser? Discover. Ja, kann ich auch probieren. Nein. Äh, nein. These are all masters. Ja, und wie eigentlich in jedem meiner Anrufe, man hört im Hintergrund wieder den Typen oder die Tante, die alles vorsagen. Und derjenige, der am Telefon sitzt, ist nicht allein. Wie immer nicht legal. Und, ähm, wie immer auch echt komisch. Dass die in den Call-Zentern immer zu zweit da sitzen, ist absolut komisch. Wirklich. Wahrscheinlich wegen den, äh, Sprachverständlichkeiten oder, also ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass das alles Leute sind, die gerade das Ganze noch lernen. Irgendwann, ähm, ist ja auch mal gut. Ähm, und, äh, absolut jeder Call, der hier bei mir reinkommt, habe ich immer das Gefühl, dass da irgendjemand im Hintergrund ist, weil die Stimmen ständig im Mikrofon, man hört auch ganz, ganz oft jemanden vorsagen. Seltsam alles. So. Ja, dann mache ich, äh, mache ich jetzt eine Visa-Karte nochmal. Visa-Karte ist besser für TNT. So, dann habe ich die Kartennummer, da ist jetzt ein grünes Häkchen drin, Ablaufdatum, ach Gott, das muss man ja nicht so bescheuert auswählen. Moment. Äh, 10 und dann 23 und die CVV, 9, 4, 8 und dann, ach, jetzt muss da meinen. Oder Sie, Sie können Ihre Mastercard. Na, jetzt habe ich ja die Visa-Karte drin. Visa-Karte? Die habe ich jetzt reingeschrieben. Aber, okay, jede Transaktion ist nicht erfolgreich, äh, mit Visa-Karte, deswegen, äh, sage ich. Ach so, also. Wie lange Ihre Mastercard erfolgreich ist. Ja, dann nehme ich das, Moment, da mache ich ja nochmal zu, da mache ich nochmal neu. So, dann, äh, Kartennummer, warten Sie, da muss ich erst eine Mastercard generieren. Ja, auf jeden Fall hören die Betrüger auch immer nicht richtig zu. Ich meine, ich sage ja auch die ganze Zeit, dass ich die Karten hier nur generiere. so, jetzt habe ich hier die Nummer, die ist mit einer 5, 2. Ablaufdatum ist dann 1, äh, 27. Okay. Und CVV habe ich, äh, die 190. Dann soll ich hier nochmal meinen Namen eingeben. Ja, okay. Persönliche Informationen. Mhm. So, und die E-Mail-Adresse soll ich nochmal reingeben, ja? Mhm. Ja, dann gebe ich die da auch nochmal rein. Alles ist für Sie, äh, Herr Stein. Also, ähm, später bekommen Sie kein Problem. Wenn Sie Ihr Geld sofort auszahlen müssen, können Sie Ihr Geld sofort, äh, auszahlen. Eine Sekunde bitte. Mhm. Soll ich jetzt auf Fortsetzen drücken? Ja, Fortsetzen drücken. Ja. Ach so, jetzt soll ich hier Adresse und so auch noch angeben? Ja. Ah ja, okay, dann schreibe ich das da auch noch hin. Und, ja, und. Welche Schriften sind Sie? Na, hier bei Rechnungsadresse. Rechnungsadresse. Mhm. Okay, super, Sir. Wer sagt denn da im Hintergrund immer alles vor? Ja, ich entschuldige mich. Wirklich. Das, das dauert nur auf 5 Minuten. Ja, aber da darf ja eigentlich, eigentlich darf ja keiner weiter zuhören am Telefon. Ja, ähm, ich möchte für Sie. Ja, und warum hört der einfach zu? Macht man ja nicht. Weil, äh, mein Chef hat mir gesagt, ja, okay, Lisa. Na, wir. Können Sie das nicht alleine? Nein, natürlich. Ach so. Ja, da geht sie ja super auf meinen Einwand ein, dass sie das eigentlich gar nicht darf. Und erzählt ja, ihr Chef hat hier bloß was gesagt und sie kann das nicht alleine. Mhm. Also, weiß ich nicht, äh, wo euch das sonst in Deutschland an der Hotline passieren würde. Also, die müssen wirklich so viel Geld damit verdienen, dass jedes Mal zwei Leute bezahlen können. Ist wirklich phänomenal. Hm. So, dann, äh, gehe ich jetzt hier wieder auf fortsetzen und jetzt nochmal eine Telefonnummer, ja? Ja, richtig. Ja, da nehme ich die, mit der wir gerade schon telefonieren. Und nochmal fortsetzen. Mhm. Ah ja, und jetzt hat das, glaube ich, geklappt. Ach ne, ich muss hier noch was, was, was anhaken. Also, was sehen Sie jetzt auf der Richtung? Na, hier oben steht noch, ja, jetzt habe ich eine weiße Seite. Moment, jetzt dreht sich hier wieder so ein Kreisel. Mhm. Ja, und noch ein anderer Kreisel kommt jetzt. Jetzt kommt noch ein anderer Kreisel. Andere Kreisel? Ja, jetzt habe ich schon drei verschiedene Kreisel und jetzt habe ich hier so ein rotes Kreisel. in der Mitte. Okay. Okay. Jetzt ist hier so ein rotes Ding in der Mitte. Okay. Und was soll ich damit machen jetzt? Ja. Ja, klicken. Jetzt habe ich hier so eine Nummer mit 990020. Mhm. Was soll ich da machen? Okay. 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 Und nun? Und was sehen wir? Ja, immer noch die Nummer. Immer noch die Nummer. Ja. Eine Sekunde bitte. Eine Sekunde bitte. Eine Sekunde bitte. Hab Zeit. Eine Sekunde bitte. Mhm. Ich werde jetzt unsere Finanzaabzeit weiterleiten. Eine Sekunde bitte. Bleiben Sie am Apparat. Jetzt kommt der Typ aus dem Hintergrund. Hallo? Ja, hallo. Sie habe ich ja schon gehört. Sie haben ja dahinter der Dame gestanden. Schönen Tag. Wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Freut mich. Eine Sekunde. Ich kontrolliere mal, was für eine Fehlermeldung Sie haben. Mhm. Ja, wie er das Ganze ignoriert, dass ich gemeint habe, er hat die ganze Zeit schon im Hintergrund gestanden und ich hätte ihn schon gehört. Hat ihn gar nicht gejuckt. Was für eine Fehlermeldung bekommen Sie? Hier steht 990020. Es ist eine Sicherheitsquote, oder? Von der Bank. Weiß ich nicht. Da ist ein rotes Kreuz vor. Nee, Sie haben eine Fehlermeldung. Kann sein, ja. Aber oben ist grün. Ich höre Sie leider ganz schlecht. Ist die Lautsprecher offen? Nee. Also oben drüber steht in grün gesamt 250 Euro. Dann habe ich ein rotes Kreuz und die Nummer denn. Haben Sie AnyDesk oder TeamViva auf Ihrem Computer? Nee, sowas kann der Rechner gar nicht, glaube ich. Kann er schon, aber ich habe keine Lust, jetzt eine virtuelle Maschine noch extra für den zu starten und den auf meinen Rechner zu lassen. Und ja, also auf meinen Originalrechner lasse ich ihn natürlich auf keinen Fall. Und das solltet ihr auf jeden Fall auch nicht tun. So, da kommt eine Fehlermeldung, äh, wie mitgeteilt. Sie kommen leider nicht weiter. Ich glaube, Ihre Karte ist, äh, in Online-Shopping gesperrt. Naja, er hätte ja eigentlich nur richtig zuhören müssen. Oder die Dame zumindest. Oder alle beide. Ist mir ja egal. Aber ich meine, ich habe ja oft genug gesagt, dass die Karte nur generiert ist. Logisch, dass sie nicht funktioniert. Kann es sein? Weiß ich nicht. Also, ich habe die noch nicht benutzt. Habe ich ja schon gesagt. Alles klar. Also, wenn Sie es noch nicht versucht haben, haben Sie eine andere Karte, die in Online-Shopping aktiv ist? Ich benutze sonst immer die Dong Swang-Karte. Ist das eine Masterkarte? Nee, das ist auch eine Kreditkarte, wie American Express oder Discover oder so. Gibt ja noch mehrere. Also, es würde klappen eine Visa-Karte oder Masterkarte. Ja, na, haben wir jetzt beides schon probiert. Mhm. Ging ja beides nicht. Okay, eine Sekunde. Ich werde Sie an der Account-Managerin weiterleiten. Mhm. Ja, nun hat er auch keinen Bock mehr und gibt mich wieder an die Tante von vorher zurück. Hallo? Guck, guck. Ist da noch einer? Ähm, Herr Stein? Ja? Guck mal, ich bin an der Leitung. Also, Ihre Transaktion ist nicht erfolgreich. Der Grund ist, Ihre Kreditkarte, Online-Shopping, noch nicht freigeschaltet. Das kann sein. Mhm. Ich habe für Sie neue Lösung gefunden. Ja. Ist ja nicht so, als würde man jetzt den Betrug aufgeben wollen. Da ist ja Geld zu holen und der Kunde war ja willig. Also, versuchen wir es einfach weiter. Äh, haben Sie Online-Banking, Herr Stein? Ja, sowas habe ich auch, ja. Okay, superschön. Also, äh, wenn Sie möchten, werde ich nochmal unsere Bankdaten schicken. Wir arbeiten mit europäischen Banken zusammen. Hm. Ich werde jetzt eine Bankstatistiken, dass Sie können ganz einfach eine Beweisung machen, ne? Okay. Okay. Also, ich informiere jetzt unsere Finanzabscheine nochmal und wir können mit Ihnen Beweisung weitermachen. Mhm. Okay. Ich bedanke mich für Ihre Verständnis und Ihre Geduld. Ich vergesse nicht meinen Bonus. Ja? Ja, okay. Das hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen gewundert, dass sie immer noch an den Bonus denkt, den sie mir vorhin versprochen hat. Also, die 50 Euro für das lange, lange Warten. Und, ähm, naja, wundert mich ein bisschen, dass sie das tatsächlich noch nicht vergessen hat. Aber ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Finale, das ich euch bereits versprochen habe. Und, ähm, ja, das Finale geht auch tatsächlich ein bisschen länger diesmal wieder. und ich texte die Mitarbeiter beide noch ein bisschen zu. Macht es da eigentlich Spaß zu arbeiten? Äh, wie bitte? Macht es da Spaß zu arbeiten? Eine Minute. Hm. Nicht? Ich bin an der Leitung. Ja. Ja. Okay. Ich informiere jetzt unsere Finale Abteilung für, äh, Bankdaten. Wie lange arbeitest du da eigentlich schon? Diese? Wie lange du da schon arbeitest? Ja. Das, 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 ich bin, äh, ich bin noch eine halbe Stunde im Office. Im Office. Nee, ich meine, wie lange schon? Also, insgesamt. Ah, wenn, äh, okay. Das ist maximal drei Tage. Äh, oder? Nee, das habe ich nicht gemeint. Ich habe, ich habe gemeint, wie lange du den Job schon machst. Ja. Ah, äh, eine Woche. Gut. Ja, aber wenn, wenn ich ehrlich sein darf, such dir wirklich ganz schnell was Neues. Weil das, was ihr da macht, ist keine gute Arbeit. Das ist Leute abzocken und betrügen am Telefon. Und, äh, ich würde dir wirklich ganz, ganz doll ans Herz legen, dass du dir ganz schnell, äh, neue Arbeit suchst, die wirklich auch seriös ist. Das, was ihr da macht, äh, erzählt man dir vielleicht anders, aber ihr beklaut die Leute. Das heißt, äh, wenn ich hier Geld einzahle auf diese Kryptowallets, das Geld sehe ich als Kunde nie wieder und die Firma behält einfach das komplette Geld. Und deswegen klingelt es auch bei euch ständig im Hintergrund, wenn ihr wieder so einen dicken Abschluss gemacht habt. Dann klatschen noch ein paar Leute im Hintergrund und freuen sich, dass ihr die Leute abgezockt habt. Ganz ehrlich, such dir da bitte wirklich was anderes. Okay, also, eine Sekunde bitte. Tja, da ist wohl leider überfordert. Äh, Herr Stein. Mhm. Dieser Problem ist, äh, bei uns. Also, ihre Kreditskarte. Äh, und wenn Sie wünschen, können Sie ganz einfach Überweisung machen. Äh, oder wenn Sie wollen, können Sie nicht einfach, äh, weitermachen. Jetzt bin ich natürlich wieder maximal verwirrt. Also, ich denke mal, Sie hatten mir ja zugehört. Hat sie tatsächlich kein einziges Wort verstanden von dem, was ich gerade gesagt hab? Tja, schade, dass du mich nicht verstanden hast. Nein, ich verstehe Sie. Ich hab verstanden. Ja, aber dann hast du auch bestimmt verstanden, dass ich bestimmt kein Geld hier einzahlen werde. Also, wenn Sie möchten, können Sie unsere Accountmanage weiterleiten, eine Sekunde bitte. Mhm. Hallo? Ja. Äh, Herr Stein, bei der Karte, Sie haben eine Online-Shopping-Sperrung. Deshalb klappt das leider nicht. Also, wenn Sie es wünschen, können Sie es für eine ganz normale SEPA-Überweisung ausführen. Aha. Schon echt aurig. Sie meinte gerade, sie hätte mich verstanden, gibt mich dann weiter, erzählt dem irgendwas im Hintergrund. Die kleine Stelle hab ich euch auch ein bisschen lauter gemacht gehabt. Und der fängt schon wieder davon an, dass meine Karte ja nicht geht und keine Ahnung, was sie da wirklich verstanden hat. Tja, ziemlich schade, dass mich die Dame nicht verstanden hat. Wie lange arbeitet die, äh, die Dame eigentlich schon bei Ihnen in der Firma? Also, knapp seit vier Jahren. Ach so, weil sie meinte, eine Woche ist sie erst in der Firma. Ja, auch wieder so ein Ding, was richtig komisch ist. Sie erzählt mir, sie ist Praktikantin und eine Woche da. Und der erzählt mir, sie ist seit vier Jahren im Unternehmen, ist eine komische Praktikantin, die vier Jahre im Unternehmen ist. Findet ihr nicht auch? Nee. Hm. Tja, das ist natürlich schon traurig, vier Jahre die Leute abzuzocken. Mhm. Wie lange machen Sie eigentlich jetzt den Job schon? Gerade eben begonnen. Aha, okay. Ja, also, ich kann Ihnen auch nur empfehlen. Suchen Sie sich ganz schnell irgendwas Seriöses. Äh, wo liegt das Problem? Ja, das Problem ist, ähm, dass ihr mir hier Kryptowallets schickt und, äh, wenn ich hier Geld einzahle, sehe ich die Kohle nie wieder. Mhm. Das Spielchen kenne ich schon. Mhm. Und das ist, äh, sowieso nicht seriös, wenn ihr mir hier sagt, ihr kommt von, äh, Benefx oder Beneffx und, äh, ich soll auf einer fremden Webseite Geld einzahlen. Ich meine, das kann doch nicht seriös sein, zumal auf diesen ganzen Webseiten, wo ich hier einzahlen soll, gibt's keinerlei Angaben, wohin das Geld geht, von, äh, von wem die Firma ist, dass, äh, unseriöser geht's wirklich nicht mehr. Das ist Betrug, was ihr hier macht. Man zahlt hier das Geld an. War ja klar. Da muss man dann natürlich nicht mehr weiter zuhören und sich auch keine Mühe mehr geben. Denn man wird hier eh eben kein Geld verdienen und da will man auch keine weitere Zeit mehr verspenden. Tja. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet, abonniert gerne meinen Kanal und vergesst den Daumen nach oben nicht. Lieben Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020